hallo hallo dmitry sukhoff ja ja richtig hallo so jetzt sehe ich ihre daten und jetzt kann ich ihnen auch erzählen warum wir sie angerufen haben das meinte ich mit der nummer technik wir rufen von der bundesweiten energieberatung an und haben sie mitbekommen dass im februar die preise 18 prozent steigen werden und da wird eine steigung kommen das sind die erneuerbaren energie steuern dieses jahr und wir rufen unseren bürger an und probieren eine eingebaute energie preisgarantie zu geben wir machen einen vergleich ob sie für den gleichen verbrauch etwas günstiger was bekommen können wenn ja dann schicken wir das schriftlich zu sein selber machen sie den vergleich und entscheiden sich ob sie es möchten oder nicht wir gucken überprüfen was sie derzeit zahlen und was sie dann überhaupt bekommen können und dann schicken wir ihnen das schriftlich zu nach hause sie selber werden es dann vergleichen und sie werden dann entscheiden ob sie es möchten oder nicht 25 997 mann um strafe 67 jahren richtig richtig und sie sind der herr dimitri sukhoff wird am 1 4 1988 geboren ja klar klar super super was kann die monatlich für ihren strom also kopf wie ist dein name ich weiß nicht wie heißt du ich glaube so 60 euro 60 euro das bedeutet 1700 kilowatt im jahr ungefähr sind wir da richtig weiß ich nicht keine ahnung 60 oder fragen wir mal die 60 euro ok kann man mal bei rein schreiten so 60 für 1700 wie kann man das rechnen wie viel kilowatt ist ein euro kannst du mir formel geben den formel kann ich ihn gleich geben ja ich werde ihm geil weil da kann ich endlich mal kapieren was soll ich scheiße ich habe nie verstanden bei schule so da habe ich einmal für sie die firma stadtwerke vorzheim mit der tarife strom ist grün 36 der stadtwerke vorzheim das ist der firma und die tarif die tarife ist strom ist grün 36 und hier haben sie ja so kommt ein jahres ein jahres ich weiß du wodka hat mehr als 36 kann ich was mehr haben wie lange musst du arbeiten mein bruder noch eine halbe stunde eine halbe stunde ja die kriegen wir ruhe man das schwierig die wir werden schaffen ja das werde schaffen genau das hat geschehen für ihre mühe auch dabei da musst du nirgends mehr anrufen da ist dimitri heute ein finale wollen wir so machen wollen wir machen du gibst mir gute deal und ich helfe dir dass du nicht noch musst bei irgendeiner arschloch anrufen ha 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 also kommt kannst du mal warte mal hey stop nimm mal bitte die mikrofon aus dem mund du bist sehr laut geworden besser so? ja ist besser hast du Hetzel abgenommen oder was machst du? Nein, ich habe das jetzt ein bisschen entfernt von mir gesetzt. Ja, kannst du die Mikrofon noch ein bisschen wegnehmen? Das ist eine Rauschung. Das Geräusch, meinen Sie? Nein, das Rausch bei Mikrofon. Ach so. Das liegt wahrscheinlich bei der Leitung, nicht bei dem Mikrofon. Nein, die Leitung war super. Jetzt kannst du Lautsprecher anmachen. Okay, so. Also Herr Sockhoff, Sie haben die Möglichkeit für den gleichen Verbrauch, was Sie da jetzt haben. Ja. Sie zahlen jetzt 60 Euro. Ungefähr. Und Sie haben... Mehr, bisschen weniger, ich weiß nicht. Die können meinen Kumpel fragen, brauchst du genaue Zahlen? Wie bitte? Brauchst du die genaue Zahl, dann kann ich meinen Homie fragen. Ja, das würde natürlich viel besser für ihn und für uns sein, damit wir keinen Fehler machen. Auch für den Homie. Warte mal kurz. Rakesh, komm mal her, Sockhoff. Komm mal hier, reden wir mit dem Mann. Du musst jetzt hier herkommen. Rakesh, bei Telefon. Kommst bei Telefon hier. Ja, hallo. Wer ist da? Hallo. Hallo. Frank Steiner Name. Ja, hallo. Von der Firma BCC. Ja, ich bin Rakesh, hallo. Ja, wir hatten ein Gespräch jetzt mit Herrn Sukhoff, aber der weiß nicht ganz genau, was für ein Verbrauch Sie im Jahr haben für Strom. Ja, soll ich Sie das durchgeben? Ja, das könnte lieb sein, genau. Ja, können Sie bitte einmal aufschreiben? Ja. Wir haben zwei Computer. Wie bitte? Wir haben zwei Computer. Dann haben wir einen großen Kühlschrank, einen Herden. Dann haben wir drei Lava Lamp. Nein, 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 nein. Wir haben es falsch verstanden. Ja, warte, ich bin noch nicht fertig. Wir haben Playstation und große TV, 63 Inch Flat Screen Zoll. Dann haben wir ein Ladegerät für diverse Airsoft Maschinegewehr. Brauchst du die Stärke von den Glühbirnen? Weil wir haben 60 und 40 Watt. Verschieden. Okay. Soll ich das mal aufschreiben, genau? Wie viele hast du? Ja, ich benötige, was für einen Verbrauch Sie im Jahr haben. Was zahlen Sie im Monat? 60 Euro, sagte der Herr Zuckhoff. Ja, 63. 63 Euro. Ja, sollst du wissen, wegen den Glühbirnen? Wie bitte? Wegen den Glühbirnen. Du musst die Zahlen haben. Wir haben 13 Stück bei Wohnung. Sie haben 13 Stück was? Glühbirnen. Nein, die brauche ich nicht. Also, ich habe selber hier ein Pauschalrechner. Und wenn ich die 63 Euro eintippe, da kommt ein Verbrauch von 1700 Kilowatt im Jahr. Und das habe ich gefragt, ob es richtig ist oder nicht. Ach so. Und der Herr Zuckhoff hat an ihn weitergeleiten, dass wir dann Bescheid wissen, was für einen Verbrauch Sie im Jahr haben. Ja, kann man das zusammenrechnen mit Fernseh- und Glühbirnen? Haben Sie einen Verbrauch von 1700 oder nicht? Ja, wenn Sie das sagen, wird das richtig sein. Okay. Und dann haben Sie die Möglichkeit... Ja. Sie zahlen derzeit 63 Euro. Ja. Und Sie haben die Möglichkeit, für die nächsten drei Jahre eine Preisgarantie zu kriegen, für den gleichen Verbrauch... Ja. ...nur 52 Euro zu zahlen. Warum? Das bedeutet... 11 Euro weniger bei einem Monat. Das bedeutet im Jahr 132 Euro des Spanis. Aber wie kann man das so günstig haben? Also, da kommt eine Preissteigung, die erneuerbaren Energiesteuern. Haben Sie das da mitbekommen? Ja, aber du hattest gerade gesagt, das wird billiger. Und jetzt sagst du Preissteigung? Nein, nein, nein. Die Preise werden umsteigen. Und deshalb rufen wir unseren Bürger an, damit wir eine eingebaute Energiepreisgarantie zu geben. Ja, wer denn, muss ich einmal fragen, der Strom, der wird umsteigen. Wird der von Linie 2 in Linie 4 umsteigen oder ist das umgekehrt wie letztes Jahr? Also, die Firma, die ich Sie gerade empfehle, wenn Sie sich überhaupt dazu entscheiden sollten... Ja. ...dann haben Sie für die nächsten drei Jahre, also bis 2020... Okay. ...eine Preisgarantie von 52 Euro für den gleichen Verbrauch. Ja, das habe ich nicht. Wenn Sie das möchten, dann schicken wir Ihnen das nach Hause schriftlich zu, damit Sie selber das Vergleich machen können mit Ihren eigenen Unterlagen. Ja. Und wenn Sie sagen, okay, dann möchte ich das, dann machen Sie nichts. Der Anbieter, der macht alles für Sie. Ja. Aber wenn Sie sagen, das möchte ich nicht, dann widerrufen Sie das halt und dann fertig ist die Sache auch. Ja, und in welche wird der Strom jetzt umsteigen? Muss man da andere Leitung haben? Wie bitte? Muss man jetzt, weil Sie haben ja gesagt, der Strom wird umsteigen. Wo wird der hingehen? Muss man da andere Leitung haben dann? Nein, 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 nein. Keine andere Leitung, obwohl es trotz Umsteigung macht. Das 250 Euro, das ist eingebaute Energiepreisgarantie. Ja, aber wenn das umsteigt, dann wird es ja woanders hingehen. Ob wir das dann, muss man da Bauarbeiten haben? Nein, nein, nicht so. Also die 63 Euro, die Sie gerade zahlen, wenn die Steigung dabei kommt, die wird bis zu 74 Euro steigen. Oh mein Gott. Genau. Also 18 Prozent. Der Staat hat es angegeben. Sie können auch gerne im Internet selber reinschauen. Ja. Der Staat hat es angegeben. Das sind die erneuerbaren Energiesteuern dieses Jahr. Aber Sie können mir nicht sagen, wohin der Strom wird umsteigen? Muss ich da bei Internet anrufen und nachfragen? Nein, Sie müssen ja nicht nachfragen. Sie können nur bei Ihrem eigenen, bei dem derzeitigen Anbieter, können Sie da anrufen und oder haben Sie nicht Bescheid gesagt, dass die Steigung kommen wird? Wenn Sie ja Umsteigungen machen und dann müssen wir ja andere Leitung haben. Weil das ist ja auch, wenn Sie bei U-Bahn umsteigen. Okay. Oder? Also möchten Sie, dass wir das schriftlich zu Ihnen zuschicken, die 52 Euro für den gleichen Verbrauch? Ja, wie heißt denn die Firma? Wo willst du mir das geben? Ist das dann U-Bahn-Werke Berlin? Die Firma ist Stadtwerke Vorzehen mit der Tarife Strom ist Grün 36. Warum heißt das 36? Ja, das müssen Sie leider an den Personen, der die Firma erfunden hat, fragen natürlich. Ja, aber ich weiß nur den Namen. Das ist der Strom ist Grün 36. Ja, und von welcher Firma machen Sie jetzt einen Anrufen? Wir sind keine Firma. Wir sind die bundesweiten Energieberatung. Also sind Sie vom Ministerium? Kein Ministerium. Wir sind die bundesweiten Energieberatung. Wir arbeiten mit mehreren Strom- und Gasanbietern zusammen. Ja, dann ist das doch eine Firma. Oder eine Firma? Ja, das ist eine Firma. Das ist die Firma BCC. Ja, das wollte ich doch wissen. Da muss ich doch keine Geheimnisse draus machen. Das wird doch alles in Ordnung. Wir haben kein Geheimnis. Alles ist offen bei uns. Ja? Ja, genau so ist es. Kannst du mir dann Bilder von Frauen geben, wenn alles offen? Ja, so offen ist es nicht. Oh, schade, schade, schade. Aber du hast schon verstanden. Ja, ich habe sie schon verstanden. Sehr gut, sehr gut. Sollen wir das jetzt nach Hause schriftlich mal zukommen lassen? Ja, und wenn wir dann ja sagen, wie wird denn Umstiege dann passieren? Sie werden für die nächste drei Jahre 52 Euro nur für den gleichen Verbrauchzahlen. Ja, das habe ich ja verstanden. Aber das Strom wird ja umsteigen. Nun muss ich ja wissen, wie das passiert. Wie meinen Sie das? Ja, du hattest gesagt, das Strom wird umsteigen. Und jetzt muss ich ja wissen, musst du Dimitri ja erklären, sonst würde man Kopf schlagen. Da wird eine Preissteigerung kommen. Die Preise werden erhören. Erhören? Die werden erhören. Genau, im Februar. Im Februar. Ja? Dieses Jahr oder letztes Jahr? Dieses Jahr. Also zwei Wochen bis drei Wochen wird die Erhöhung da kommen. Nur für zwei Wochen? Und hinterher dann wieder normale Preise? Oder wie wird das sein? Nein, da wird die Preise, da wird das Preis steigen von den alten Anbietern. Ja, für drei Wochen. Nein, das ist dieses Jahr halt die Steigungen was kommen und das bleibt auch die 18 Prozent, die wir erhören. Jedes Jahr kommt immer Steigung dabei, das kennen Sie bestimmt. Ja, aber dann werde ich ja nächstes Jahr, hast du gesagt, drei Jahre. Und dann muss ich ja nächstes Jahr wieder mehr geben. Nein, wir geben Ihnen die Garantie, dass die drei Jahre, dass der Preis stabil bleibt. Die Preisgarantie geben wir Ihnen ja hin. Und dann kann man Ihnen deine drei Jahre nicht umsteigen bei anderen U-Bahn? Wenn Sie möchten, natürlich, das ist ja Ihre Wahl. Das ist kein Problem. Okay. Und wann wird es dann beginnen? Was wird es dann beginnen? Das Umsteigen von den Preisen bei unseren... Also von Februar bis März wird es da. Den Umsteigungen? Ja, die Umsteigungen, die wird von Februar bis März da sein, also zwischen dieser Monat, da wird die Steigung kommen. Und die alte Anbieter, den Sie da haben, wahrscheinlich wird sie dann auf 74 Euro steigen. Und das wird dann auch 74 Euro sein und bleiben. Ja, und wann wird denn die Mechanik kommen? Was für Mechanik? Eine Mechanik für Leitung machen, für Kabel. Wir... Also für den Kabel, da machen wir nichts. Die schicken mir nur das schriftlich zu, damit Sie es vergleichen können. Ja, aber wenn der Strom umsteigt und du mir bessere Preis geben, dann müssen wir doch Kabel machen. Nein, da machen wir kein Kabel. Wir stellen den... Wie schnell... Der neue Stromarmeter, der kündigt für Sie den teuren Alttarif. Ja. Und dann kommen die und werden Leitung graben. Ja, so ist es. Also... Ja, aber ich muss ja, weil wir immer arbeiten, ich muss ja wissen, wann kommen wir denn zu Loch machen, dass wir zu Hause sind. Sonst können die ja... Ich kann Anschluss machen von Umsteigung von der Strom bei der U-Bahn. Also der neue Stromarmeter, der kündigt für Sie den teuren Alttarif. Sie müssen selbst nichts machen und wir schnell stellen Sie dann schnellstmöglich auf unserem Spartarif um. Ja, kannst du mal auf... Und Sie sparen Geld. Hör mal auf abzulesen. Ich habe kein Wort verstanden. Ich lese doch nicht ab. Nee, natürlich. Du hast sechsmal genau die gleiche Worte gesagt. Du hast auch bei Computerskript vorlesen. Ich kenne schon alle auswendig. Also wie lange machst du schon bei Callcenter? Neun Jahre. Neun Jahre und die Leute immer noch glauben, dass jede Jahr... Wir verarschen niemanden. Habt ihr gar nicht gesagt verarschen? Die... Die... Sie meinen aber, dass wir dann die Leute verarschen, wenn sie sagen, glauben sie die Leute immer noch an ihn. Nein, das habe ich gesagt, wegen der Strom. Hallo? Ich habe schon verstanden, was sie meinen. Ja, hatte verstanden und sagte es nicht richtig. WBZ? Und wann können wir umsteigen mit der Strom bei anderen U-Bahn? Niemals. Aber warum nicht? Okay, wir beenden den Gespräch. Ja, ich habe noch Kundenbeider... Ja, warte mal. Du hattest nur noch ein paar Minuten. Da hast du Feierabend. Da können wir doch nur ein bisschen reden. Du kannst mir von Callcenter erzählen. Von Alltag. Ja, ich brauche auch Geld, oder? Ich arbeite hier nicht umsonst. Ja, vielleicht kannst du dir dann anständige Arbeit suchen oder mal eine Ausbildung machen. Dann kannst du gut Geld bekommen. Ich bin aber... Was hat du... Sehr glücklich mit meiner Arbeit, ja. Ja, was hat du denn... Und ich brauche auch keine andere Arbeit. Ich versiege auch in Ordnung. Was verdienst du denn bei Callcenter? Kannst du mir sagen? Ja, das muss ich Ihnen nicht sagen. Frage ich Ihnen Ihre persönliche Daten. Ja, du wolltest doch meine Kontonummer haben. Nein, da wollte ich nicht. Du kannst mich auch was fragen. Soll ich dir ein Foto von mir schicken? Da kannst du mir sagen, was verdienst du bei Callcenter? Ah, das brauchen wir nicht. Das brauche ich auch nicht zu wissen. Ja, okay. Kannst du mir trotzdem sagen? Was hast du denn für eine Ausbildung machen? Ich? Ja. Das brauchen wir nicht zu wissen. Ja, du hattest gar keine Ausbildung machen. Immer bei Callcenter arbeiten. Genau so ist es. Keine Schule, nichts. Nur Callcenter. Ja. Aber ich... Ja, egal. Wir beenden das Gespräch. Möchtest du... Warte, möchtest du noch jemanden grüßen? Den Herr Zuckow. Der war viel lieber. Ja, und sonst noch jemand von Ihrer Freundin oder Kumpel? Nein, danke schön. Soll ich die mit dir nochmal holen? Nein, ich danke Ihnen. Ich wünsche einen schönen Abend noch, ja? Und ich danke dir auch. Soll ich die Zuschauer von dir grüßen? Ja, machen Sie das, bitte. Alles klar. Ich wünsche dir schönen Abend und such dir bitte ordentliche Arbeit, okay? Mhm, danke schön. Bitte hin, Tschüssi. Marajaka.